Herzlich Willkommen beim nettesten Meinungsblogger der Welt und auch herzlich Willkommen zu der täglichen Dosis Trash. Da gibt es täglich neue Videos zu Trashing in Themen und diesmal geht es wieder um unseren besten Freund Michael Wendler. Und der schwobelt mal wieder richtig einen ab in seinem neuen Telegram-Video. Und das wollte ich euch hier natürlich zeigen, die Videobotschaft und da ging es wieder zur Sache. Einige haben auch gefragt, Mensch, wie sieht es denn aus? Warum zeigst du denn jetzt die letzten Wochen nicht so häufig die Schwobel-Nachrichten wie früher? Kann ich gerne machen, schreibt es gerne unten rein, wenn euch das interessiert. Aber ich versuche euch mal so ein paar Sachen zusammenzufassen. Im Prinzip wiederholt sich da sehr viel. Allerdings hat er auch nochmal zu der Geschichte mit Marvin und Laura Müller und dieser Fake-Schwangerschaftsgeschichte, habt ihr vielleicht mitbekommen, was gesagt und hat halt dort auch in einer Nachricht das nochmal verneint. Allerdings das, was er ja sonst halt in diesen Nachrichten immer so erzählt, ist sehr grenzwertig. Also es geht immer weiter. Er versucht halt auch immer wieder die gleichen Mechanismen zu erfüllen, dass die Leute halt möglichst auch über dem Kopfverlag irgendwelche Dinge für teuer Geld erwerben, was eigentlich kein Schwanz braucht, um es mal so deutlich zu sagen. Und ich weiß nicht, was er jetzt da irgendwie für ein Problem hat, aber scheint trotzdem irgendwie gut genug zu laufen. Und dann macht er das halt jetzt auch die nächsten zehn Jahre. Es wurde ja gemutmaßt oder beziehungsweise offengelegt von Timo Berger im Herbst, dass er in einem Jahr, so einem Dreivierteljahr von Anfang 2021 bis hin zu September 2021 wohl fast eine Viertelmillion Dollar verdient hat. Und das wird dann über das Weihnachtsgeschäft wahrscheinlich nochmal das Doppelte gewesen sein. Ja, so deutlich kann man das sagen, so traurig ist es. Und dann halt noch die Geschichte mit OF und Co., wo er ja im Prinzip auch die Leute da übers Ohr gehauen hat. Es ist krass. Laura Müller hat übrigens auch einen eigenen neuen OF-Channel, wo sie jetzt da anscheinend auch Sachen hochlädt. Für 50 Dollar im Monat kann man das dort sich buchen, wenn man mag. Ich finde es wirklich krass, was die da für Preise aufrufen und was die dann im Umkehrschluss auch den Leuten anbieten. Aber nun gut, das soll jetzt erstmal zu den ganzen Dingen gewesen sein. Ich werde euch jetzt erstmal die Videobotschaft zeigen. Einen wunderschönen guten Morgen aus den USA. Heute am 27. Januar 2022. Ich hoffe, euch geht es gut. Es gibt gute Nachrichten aus den USA, aber auch aus Deutschland. Fangen wir mal gleich mit den deutschen Top-News an. Ich habe diese Info gerade schon auf meinem Telegram-Kanal gepostet. Und zwar rudert Justizministerin Fayser total zurück. Denn sie hat eine Wortwahl benutzt in den letzten Tagen, die wirklich auch den größten Schlafmützen aufgefallen ist. Sie will nämlich den Messenger-Dienst Telegram in Deutschland verbieten lassen. Das hat natürlich was total totalitäres. Jetzt hat sie wahrscheinlich in irgendeiner Weise Ärger bekommen und rudert zurück. Denn das entspricht natürlich nicht gerade der Agenda, dass die Leute zu früh aufwachen. Jetzt hat sie eine Taskforce eingerichtet, die nichts anderes tun können, als dann versuchen, die Telegram-Nutzer in irgendeiner Weise zu bedrängen. Mehr geht nicht. Sie ist gescheitert mit ihren Drohungen gegen diese Telegram-Betreiber. Sie ist gescheitert mit ihrer Aufforderung, Telegram von Google und Apple aus den App-Stores zu verbannen und zu verbieten zu lassen. Und nun versucht sie es dementsprechend von hinten rum. Lasst euch nicht einschüchtern. Bleibt weiterhin hier standhaft auf Telegram. Hier kann man zensurfrei die wahren Hintergründe hinter dieser Fake-Pandemie posten und vor allen Dingen erkennen. Ja, es gibt eine weitere gute Nachricht, eine Top-News aus den USA. Und zwar hätte damit wohl keiner gerechnet nach der Wahlüberprüfung in Arizona mit dem Ergebnis, dass es zum Wahlbetrug gekommen ist. Aber bis jetzt gibt es da noch keine Auswirkungen. Ist jetzt Wisconsin vorgeprescht und hat tatsächlich die Wahlmänner, die zehn Wahlmänner zurückgezogen für die Präsidentschaftswahlen aus dem letzten Jahr. Und ich habe ja immer wieder darüber berichtet, dass es massiv Wahlbetrug gegeben hat. Das sind richtig gute Entwicklungen in zahlreichen anderen Bundesstaaten. Wird ja noch ermittelt und ich glaube, bald knallt es richtig. Also bleibt am Ball. Ich sage einfach mal bis später. Und natürlich werde ich hier wieder unter meinem Video einen Telegram-Kanal posten, welcher mir sehr gut gefällt. Und ich kann euch nur bitten, diesen zu folgen. Ich sage einfach mal bis später. Euer Micha. Die große Angst, dass Telegram verschwindet, das scheinen die Schwobler ja seit Monaten schon zu haben. Nach wie vor gibt es diesen Messenger-Dienst und ihr könnt mir auch gerne in meiner Telegram-Gruppe vollkommen schwobelfrei folgen. Ist wie immer unten auch verlinkt. Also wer Telegram von euch nutzt, wie gesagt, weiß eigentlich, dass das normalerweise ähnlich wie WhatsApp ein ganz normaler Messenger-Dienst ist. Eigentlich nicht so wild. Allerdings wird dort halt ja auch gezielt eigentlich damit geworben, dass man dort halt zensurfrei auch seine Gruppen machen kann. Auch relativ anonym. Und daher ist das auch sehr beliebt bei so Schwoblern wie Michael Wendler und Co. Die haben ja dann ihre Gruppen und berichten dann dort, was für Instagram und Facebook dann ja nicht geht. Ist dort ohne Probleme ungefiltert möglich. Die einen sagen, okay, genau das will ich haben. Die anderen sagen, Mensch, das ist aber kritisch. Und das ist halt immer das Problem. Die Telegram-App kann im Prinzip jetzt nichts dafür, wie man sie nutzt. Ich finde es auch grundsätzlich gut, dass es jetzt keine Zensur dort gibt. Muss ich ganz offen sagen. Allerdings, wie das dann genutzt wird, ist natürlich wiederum schädlich. Und dass dann halt auch wiederum Leute Fake-News verbreiten und Blödsinn schwobeln wie Michael Wendler, ist natürlich wieder eine ganz andere Nummer. Und da muss man natürlich auch sagen, das geht auf Dauer nicht klar. Und da muss man dann vielleicht auch überlegen, ob man dann vielleicht da auch eine Grenze zieht. Gerade bei so Fake-Informationen, wie es beim Wendler ja zuhauf auch in der Telegram-Gruppe passiert. Also ich erinnere nur an die ganzen Vorfälle während auch der Europameisterschaft, wo der Spieler von Dänemark, Christian Eriksen, zusammengebrochen ist. Das wurde dann auch gleich auf Corona und eine Impfung und Nebenwirkungen gemünzt, was vollkommener Blödsinn ist. Und welche hanebüchenen Dinge wurden erwähnt. Auch der Tod von Mirko Nonchef wurde sehr, sehr eklig dort auch benutzt, um halt möglichst viele Produkte noch über dem Kopf verlag an die eigenen Fans zu verkaufen. Und man muss auch sagen, diese ganzen Dinge, die es da zu kaufen gibt, sind so schweineteuer, dass man sich echt fragen muss, Mensch, die gibt es doch auch günstiger beim Klobetrotter und Co., wenn man jetzt so einen Wasserfilter haben will. Warum kauft man sich denn jetzt beim Michael Wendler über dem Kopf verlag? Also es gibt anscheinend trotzdem noch genug Leute, die sich das dann da gönnen. Sonst würde er ja nicht dauernd diese Links da posten. Und seine Gruppe wächst jetzt auch langsam wieder Richtung 145.000. Also es war auch schon mal unter den 140.000. Jetzt kamen wieder einige dazu. Er scheint jetzt wieder mit Attila Hildmann cool zu sein. Das sind so die letzten Wochen dort gewesen, die ja eigentlich immer, also wenn man einen Tag dort nicht in der Gruppe ist, gibt es 100 neue Postings mit irgendwelchen Schwubeleien. Und ja, das ist einfach krass. Wie auch immer wieder von einer Fake-Pandemie spricht, das ist halt einfach nicht in Ordnung. Und das muss man hier auch regelmäßig kritisieren, weil wie gesagt, das ist in einer Fülle dort der Fall, dass man dort schon gar nicht mehr hinterherkommt. Das wäre ein Fulltime-Job, diese Gruppe da sich durchzugucken und wirklich einzeln rauszusuchen, was er da für Fehler reingehauen hat. Er postet ja auch wirklich ungefiltert jedes Video, jede Sprachnachricht und Co. von irgendeinem Typen, der sich irgendwie gegen die Maßnahmen beugt oder gegen die Maßnahmen ist. Und wie gesagt, Kritik ist immer vollkommen in Ordnung. Kritik ist wichtig heutzutage. Kritik sollte auch nie zu kurz kommen. Man kann auch die Maßnahmen kritisieren. In Dänemark wird ja jetzt wahrscheinlich zeitnah, oder ist jetzt vielleicht schon, wenn das Video online kommt, wie gesagt, ich produziere das ja mal ein bisschen vor, ist es ja jetzt schon so, dass dort einige Maßnahmen weg sind und es dort wieder relativ normal zugeht. Bei uns sieht es jetzt vollkommen anders aus und welche Art und Weise es am Ende am besten ist, werden wir dann in der Zukunft sehen. Wir tappen da, glaube ich, alle als Laie ein wenig im Dunkeln. Gut muss man es jetzt nicht finden, wie es momentan läuft. Ich denke auch zum Beispiel die ganze Kulturbranche und auch, ich schweife ein wenig ab, aber die ganze Kulturbranche oder auch die Fußballstadien und Co., ich finde, es spricht eigentlich nichts dagegen, auch wenn die Zahlen gerade ziemlich hoch sind, dass man, wenn man geboostert oder geimpft ist oder halt auch, wenn man einen Test auch zusätzlich noch macht, ins Stadion die Leute reinzulassen, würde ich jetzt sagen, also wie sicher soll man es jetzt in Zukunft machen? Weil, wie gesagt, das wird jetzt nicht von heute auf morgen weg sein und ich finde, wenn man geimpft ist und auch vorher sich getestet hat und negativ ist, warum sollte man dann nicht ins Fußballstadion auch wieder gehen, zumindest, ja, das halbe Stadion könnten sie ja mindestens voll machen und in England ist es seit Monaten voll. Wie gesagt, ist halt wirklich so ein tricky Thema und die ganze Kulturbranche leidet sehr und ist pleite, es fallen ein Konzert, eine Tour nach dem anderen und ein Konzert nach dem anderen aus und das kann man natürlich kritisieren, ob man das nicht anders lösen kann, damit man halt auch die Wirtschaft und auch die Künstler und den ganzen Rattenschwanz, der da dran hängt, nicht irgendwie schützt. Das würde ich viel sinnvoller finden, wenn er zum Beispiel darüber mal spricht, aber das kommt da jetzt nicht so wirklich vor und das ist dann natürlich auch vollkommen klar, dass er da eigentlich nur Blödsinn schwafelt und das kann man nicht oft genug hier sagen. Ansonsten soll es das hier auch gewesen sein mit dem kleinen Talk-Video und dem kleinen Update mit so einer Videobotschaft, fand ich auf jeden Fall ganz interessant. Wenn euch das Ganze interessiert, lasst gerne auf jeden Fall noch ein Like und Abo da und ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr bei Twitter und Instagram natürlich auch Updates zu den ganzen Dingen schickt, auch gerne die neuesten Erkenntnisse, die ihr jetzt hören wollt. Ich muss jetzt nicht immer mit Adin Bachmann und dem Michael Wendler zu tun haben, bin auch gerne für andere Themen für euch da. Soll es dann auch hier gewesen sein, bis dann und ciao, ciao.